Neurexan 18.45 Uhr, guten Abend zu RTL Aktuelle und das sind unsere Themen. Neuer Corona-Plan, wer boostert, soll bald in ganz Deutschland keinen zusätzlichen Test mehr brauchen, um 2G plus zu erfüllen. Pandemie entzweit. Nach einer RTL-Forsa-Umfrage hat jeder Vierte den Kontakt zu einem Familienmitglied oder Bekannten abgebrochen, weil es wegen Corona Streit gibt. Und mit 16 zur Darts-WM. Ab morgen will ein Frankfurter Schüler im legendären Alley Pally die Weltelite aufmischen. Willkommen an diesem Dienstagabend, den Sport hat heute Ulrike von der Grünen für Sie. Guten Abend. Die gefühlte Corona-Achterbahnfahrt, sie geht weiter. Die Fallzahlen bei uns gehen zwar zurück, doch die Omikron-Variante beunruhigt zunehmend. Noch 10 Tage bis Weihnachten und wir wissen noch nicht, wie das Fest tatsächlich aussehen wird.